Let's start again Ich hätte gerne bitte den Keller! Ding! Ich mach das wirklich? Ja, aber... Na gut, für jeden Scheiß kann man was machen, ne? So, ist in der Packung! Fertig! Ich hab gewonnen! Oh! Das Problem ist, man versteht mich jetzt gar nicht mehr! Und ich bin jetzt so scheiße hart! Boah! Das sauert jetzt ein bisschen! BANANA! Der Rest von der Show wird genauso abgefahren! Apropos abgefahren! Der Zug ist auch schon weg! Ich bin der Batman, ne? Ich bin der Batman und ich krieg dich! Weil du bist ganz besser, Junge! Besser, besser! Dann musst du das jetzt hier ein bisschen... Das ist ja gar nicht unscharf! Warum? Cool! Boah, Alter, ist das krass, ey! Mädels, ernsthaft! Wie könnt ihr mit solchen Haaren? Pfff! Echt! Bäh! 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 Ich brauche Soft-Band! Ganz dringend! Moin, ihr Kekse! Willkommen bei Chris Tellman! Ich biete euch... ...Eine Wässerchen! Kaffee! Kekse! Watt wollen wir denn haben? Sag doch einfach Bescheid! Ich kann's doch mal sorgen! Bido, 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 Bido. Weiter macht vom... So, das ist der Sticker. Also, ein netter junger Mann, der ein bisschen Akne-Probleme hat. Hat gerade einen Pickel ausgedrückt, deswegen jetzt ein... Creaball, das ist das schöne, schwarze, kleine, flache Ding hier an der Tür. Ja, ist eine Tür, ich wollte nicht an der Wand, weil der Beist das reflektiert so und dann wirst du blind bei. Des Weiteren könnt ihr die Minions auch an den Schlauch befestigen selber. Also selber, das war jetzt ein deutscher Satz, oder? Moin, liebe Kekse, herzlich willkommen bei Chris Tayman. Das ist doch voll assi, so macht doch keiner. Ist doch bescheu. Egal. Willkommen bei Chris, zu mir. Kann ich nichts zu sagen? Ich finde, äh, kann ich doch klar. Klar kann ich was dazu sagen, da soll ich die Review gar nicht machen, so ein Quatsch. Das ist unsere Creaball. Was ist hier unsere? Ich bin doch hier alleine. Und zwar, Peter, bestimmt euer Herz brechen. Jetzt bricht da gar nichts mehr, jetzt ist natürlich zerbrochen. Bis zum nächsten Mal.